Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geliebter Führer, die Vereinten Nationen verlangen, dass sie zu einer Stellungnahme nach New York kommen. Na schön, wir reisen nach Amerika. Admiral General, willkommen in New York City. Und während Sie hier sind, empfehle ich Ihnen, sich das Empire State Building anzusehen, bevor Sie oder einer Ihrer Cousins es zerstören. Aufwachen! Kein Mensch wird Sie mehr erkennen. Ohne den hier. Können Sie mir etwas Geld leiten? Es sind ungefähr so 20 Millionen Dollar. Ich soll hier meine Rede von den Vereinten Nationen halten. Für Verrückte ist es heute so heiß. Komm schon, komm mit mir mit! Nimmst du bitte deine Hände von meinen Brüsten? Das sind Brüste? Ich dachte, du wärst ein Junge. Ich akzeptiere deinen Jobangebot als Geschäftsführer. Ja, das geht aber nicht, denn ich bin der Geschäftsführer. Doch, wenn ich dich töte. Okay. Na ja. Hey, bringst du den Müll raus? Lass das. Schnauze versage. Hey, Alter, leg mal den Zahn zu. Hopp, hopp. Der nächste. Das ist der Plan. Wir sind nur zwei gewöhnliche amerikanische Touristen. Ich liebe es, amerikanischer zu sein. Amerika ist Nummer einsach. Ich liebe es, amerikanischer zu sein. Empire State, Beaglebeam. Ah, Kassidduwollak, die Kassidduwada-Freiheit-Statue. Geweia. Ja, ja. Nein, nein, nein! Geweia.